Jodlerinnen und Jodler hat ein ganz tolles, breit aufgestelltes Jodler-Archiv zusammengestellt. Und da findet ihr auch die Noten und eine Audioaufnahme zu Fragantarina. Jodler-Archiv zusammengestellt. Jodler-Archiv zusammengestellt. Jodler-Archiv zusammengestellt. Jodler-Archiv zusammengestellt. Jodler-Archiv zusammengestellt. Jodler-Archiv zusammengestellt. Die Mittelstimme beginnt, dann kommt die tiefe Stimme dazu und als letztes setzt die hohe Stimme ein. Eins, zwei. Die Mittelstimme beginnt, dann kommt die tiefe Stimme ein. Die Mittelstimme, dann kommt die tiefe Stimme an. Ja, 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 ja. Musik Musik Die tiefe Stimme macht ist der Einsatzton Musik 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 Yu-O-He, he-i-i, he-i-ti-you-o-he-i-ti. Allé ho, eu-hô, 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 da-row-e. Allé ho, eu-hô, 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 eu-hô. Und leitungsvolle Musik ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK Hohe Stimme Die Hohe Stimme steigt als drittes ein. Es beginnt die Mittelstimme, die Ansingstimme, dann kommt die Tiefe Stimme dazu und als letztes die Hohe Stimme. Ich gebe euch ein Zeichen, wann die Hohe dazukommt. Und jetzt Achtung, jetzt kommt sie gleich mit rein. Wieder die Ansingstimme. Jetzt kommt sie rein. Die Hohe Stimme E-di-au-au-e-ir-di-di Hau, 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 yau, hau, ui, eho Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das waren jetzt alle drei Stimmen zu dem Jodler Fraganterina. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit, er gefällt euch und ihr findet andere Jodlerinnen, die ihn mit euch gemeinsam jodeln. Tschüss, alles Gute!